Ladies and Gentlemen, hallo und herzlich willkommen zurück zu einer Folge Battle for One, das Format, wo quasi ein bisheriger Sieger der König ist und ein neuer Herausforderer versucht, diesen König zu stützen in einem Stürzen, in einem Spiel, das der Herausforderer selbst aussucht. Schon wieder! Jetzt! Aber guck mal, du kommst den ganzen hier näher. Sag mir jetzt nicht, du hast deinen Controller zerstört. Also ich habe ihn zumindest sehr weit durch die Gegend gepfeffert gerade, ich guck mal, ob er angeht. Schließt du deinen Controller bitte wieder an? Okay. Alles klar. Alter, ey. Das hat mich jetzt gerade komplett aggressiv gemacht. Ich muss es machen. Aber du hast doch keine mehr. Ja, aber der steht im Wasser und kann Leute killen. Hä, ist das denn ein Witz? Äh, ich wollte gerade schon sagen. Jawohl. Oh nein. Jawohl! Oh nein. Oh Gott. Boah, die Seile. Oh nein. Besser. Oh nein, das ist ein Witz, ey. Das ist echt ein Scherz. Fuck! Oh oh. Alles okay? Ich habe... Fenstermodus aus Versehen angemacht. Aber ich glaube, sonst ist alles okay. Okay. Oh scheiße. Es war die letzte Chance, die zwei da in einem Wisch wegzufüllen. Wir müssen da weg. Irgendwas ist auch mit meinem Browser passiert. Keine Ahnung. Oh, warte mal, warte mal, warte mal. Ich muss mal eben mein Pad hier anstecken. Der Akku hält ja zwei Minuten. Nice. Welche Strecke? Äh, auf B-Land. Habe ich verstanden. So, B-Land. Das muss ich jetzt erstmal selber rausfinden. Wo war die damals? Ja, B-Land. Nein. Oh, fuck it. Wir haben gesagt. Ich hatte die Regel genannt. Wenn jetzt nicht so B-Land kommt, Sepp. Ja, gut. Habe wir auch direkt einen Strike. Nice. Ja, ich musste mich halt um die scheiß Steckdose kümmern. Ja, okay. Ja, komm. Okay, nee. Das war dann nicht dein Fail. Dann spielen wir die jetzt, ja? War ja auch meine Strecke. Ich durfte die ja aussuchen. Ja, du hast so B-Land gesagt. Ja, irgendeine, die mir gerade so EI-P. Nein, nein, nein. Du hast so B-Land gesagt. Du kannst so zufällig sagen. Ist mir auch egal. Okay. Eigentlich wollte ich es noch B-Land spielen. Ach. Oh, scheiße. Das hast du gehört, oder? Warten. Doch. Ich war eh schon unten. Mega geil. Scheiße. Yes. Oh, da kam der genau unten. Der Bram. Yes, der da. Oh, scheiße. Das ist geil. What the fuck. Ich habe ihn gerade einmal quer über den ganzen Schreibtisch gepfeffert. Habe meine Färfe-Diode-Verferse getroffen, die ist runtergefallen. Jetzt bin ich oben. Nein, bin ich. Ich komme so weit da oben, Mann. Ich bin am Wasser. Ich bin am Wasser, oder? Das war einfach nur lucky. Jetzt muss ich mich nur gut bewegen. Und dir nicht in die Arme rennen. Okay, in dieser Runde jetzt mal nichts außergewöhnliches, sondern einfach den Spacko da oben wieder runterrollen. Ja, komm, nimm mal Wasser mit. Oh, what? Was machst du da, Peter? Ich habe einmal Leertaste gedrückt, und dann ist nichts passiert. Und dann dachte ich, oh Gott, ich bin nicht im Spiel getappt. Und dann habe ich wieder Leertaste gedrückt. Und dann hat es funktioniert. Oh, Mann, Peter. Das geht doch nicht. Jetzt kann ich wieder maximieren. So. Boah, du machst voll die guten Angaben. Hey, unfair. Komm. So, der kriegt den Römer. Ja. Nein. Oh, lo. Ich habe gerade mein... Scheiße. Ich habe mein Mikro gerade einmal im Kreis gedreht. Nein. Hoppala, Entschuldigung. So, das war die erste Runde. Das heißt, es steht schon mal 1 zu 0. Nee, 0 zu 1 aus Sicht von unserem König. Nein, aber es war klapper, als ich dachte. Boah, ganz ehrlich. Da ist nicht wirklich ein Jetpack drin. Nein, nein, nein. Nein! Ja! Ja! What the fuck? Oh, Mann! So. Tut mir leid, Peter. Du bist dein Hauptsitz. Ah, nicht den Hauptsitz. Du bist dein Hauptsitz. Ein Thron. Direkt Kopf abgeschlagen. Du weißt doch, der König ist tot. Luckily, wir sind der König. Did not finish. Jonathan, William Morris, Abels. Ich habe ihn stücken gehört. Ich habe ihn hier da liegt. Ich fahre noch über den Römer mit meinem Motorrad. Jawohl. So. Ich weiß nicht, ob er schon zur Küche gegangen ist. Ob er überhaupt noch da ist. Oder einfach nur alles ausgemacht hat. Nein, ich bin doch da. Nein. Oh, da hat er einen Fehler gemacht. Da hat er einen Fehler gemacht. Oh, die Tour läuft? Die Uhr läuft. Die Tour läuft. Aber jetzt fick ich dich. Jetzt, jetzt bin ich wieder dabei. Mag es nicht! Jawohl! Warte, was hast du? Scheiße. Läub hier! Nein! Gib mir sofort Speed, Speed. Oh, da war ich schon fast. Alter, wie er die Abkürzung... Jawohl! Oh, Scheiße. Ach so, Scheiße. Das ist eine erste Runde von drei. Und wir machen besser Five. Oh Gott. Scheiße. Scheiße, ich habe die Scheiße schon gehabt. Der ist weggelaufen, die Sau. Ja, ich habe dich gehört, wie du auf mich zugelaufen bist. Ja, im Endeffekt werde ich sowieso gestraft. Ach, jetzt habe ich die Items nicht gekriegt. Und habe mich auch noch selbst abgeschossen. Das gibt es nicht. Da kommen die Grünen zurück und schießen mich ab. Ja, ich weiß, warum ich Mario Kart immer der Beste bin. Oh, das ist ja... Oh, das ist... Wie die war es heute nicht? Oh Gott, tu es nicht. Bitte fail. Bitte fail. Oh, verdammt. Wie komme ich denn jetzt hier wieder raus? Was ist los, Peter? Bist du nervös, oder was? Ja, ich bin nervös. Okay, jetzt darfst du noch einmal schießen. Hat gereicht! Nein! Aber jetzt reicht der Zeit nicht mehr. Komm schon, komm schon, versag, versag. 3 Sekunden, 2, 1. Du weißt nicht, wenn was zu tun ist. Das ist Feuer! Ich wollte kein Feuer! Reicht! Nein, reicht nicht! Oh, ich gräb mich selber! Reicht! Reicht nicht! Ich habe erst dann durchlackt, dein 142er direkt auf Anhieb getroffen. Und dann habe ich verzogen. Oh Mann, ey. Wieso... Wieso... Wieso Eltern, die Lehrer sind? Okay. Weil die immer ihre Kinder verziehen, verstehe. Äh... So. Abraham hat nicht verstanden. Doch, doch, habe ich. Aber ich bin gerade... Meine Zeit läuft, ja? Du musst da drüber nachdenken. Komm schon. Diskutier mit mir drüber. Auf gute Sachen zu machen. Oh! Oh, boah, was? Wie haut der da rüber? Ich raste aus. Das war ein bisschen Glück. Oh! 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 Okay. Okay. Wie man so was zweifelt, unsere Dinger. Nein, ey. Ich gehe hier rum. Ja! Sicherlich! Da ist der K! Junge! Wat'n geiler Klau! Alter! Boah, wie ich hier oft vor der Webcam ausweiche, ey. Das gibt's doch nicht. Nein! Ach, komm, ey. Hast du jetzt auch das Messer? Hab ich auch. Na, Sepp? Ebram. Oh! Oh! Daneben! Beide getroffen. Nein! Ja! 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 Nenn mich König! Oh, nice, Bram. Boah! War das spannend! Das war sauspannend, Sepp. Das war sau! Das war so ein krasses Battle, ey. Alter! War das spannend! Oh, Mann, ey. Boah! Hab ich Puls! Boah! Guck mal! Fast! Ja, das war auch das... Ne, ne... Knappes Ergebnis. Das sind die nächsten Punkte. Jetzt musst du nur noch die eine Runde gewinnen, dann sind wir fertig, ey. Boah! Hahaha! Wie gesagt. Oh, Kampffurt. Fit Pfeifer, kann man brechen. Da hätte ich gar nicht gedacht, dass du so Tilt-Error bist. Und wenn's euch auch gefallen hat, Daumen da lassen, teilen und so weiter. Wird uns sehr helfen. Battle for One, Folge 3, dann nächste Woche. Haut rein! Haut rein! Tschüss! Tschüss! Tschüss!